Willkommen zurück zu Majora's Mask 3D, meine Freunde. Dieser Part wird etwas kürzer, habt ihr sicher schon bemerkt. Das liegt daran, dass das Ganze wieder nachkommentiert ist, weil ich die Aufnahme wegkackt habe. Ich habe den Ordner gelöscht, in dem mein Commentary drin war, weil meine Festplatte verrückt gespielt hat. Und von daher kommentiere ich das jetzt nach. Und heute steht auf dem Programm die letzte Fee des Dungeons. Die befindet sich in einer Lücke, die man nur mit dem Auge der Wahrheit sieht. Da oben habt ihr ein bisschen Schnee gesehen. Da sitzt diese Fee drin und es ist nicht so leicht da ranzukommen. Ich habe das alles geskippt, wo wir ein bisschen drüber rätseln, weil das halt zum Nachkommentieren, ja, unreichend ist. Und ja, heute auf dem Programm steht die letzte Fee, der Boss und der Besuch bei der großen Fee. Ähm, ja, mehr dann auch nicht. Tut mir leid an dieser Stelle. Ich hoffe, das ist nicht gravierend schlimm. So, mit einem Konkontensprung kommt man da auch leicht hin. Mit Hasenohren oder ohne ist egal. Muss man sich halt anders platzieren. So, damit haben wir alle Feen und können zum Boss. Der Boss ist relativ cool. Äh, innovativ. Und, ähm, ja, macht eigentlich sehr Spaß. Leider auch ziemlich leicht. Also, es ist keine Kunst, diesen Boss zu erledigen. Der Weg bis ganz nach oben ist zwar nur ein bisschen kompliziert, aber mit ein paar, äh, logischen Denkweisen kriegt man das dann doch ganz schnell hin. Und, der Boss selbst wird, wie gesagt, nicht sehr schwer sein. Das ist aber allgemein finde ich ein kleines Problem bei Zelda. Dass die Bosse doch ein bisschen leicht sind, aber, mein Gott, ist halt auch kein Problem. Ich mag es eher, wenn Bosse machbar sind, ne. So, ich suche hier ein bisschen rum, wo denn jetzt der Ausgang ist. Denn, wir wollen ja noch zur Fee uns ein bisschen stärken und dann zum Boss. Äh, von der Fee kriegt man was ganz spezielles. Und zwar die Wirbelattacke. Und, äh, das wusste ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich dachte, von dieser Fee bekommt man was anderes. Aber das ist dann von einer anderen Fee. Und es gibt insgesamt vier im Spiel, die man halt so aufsuchen muss. Plus die, die in Unruhstadt halt sitzt. Und, äh, ja. Kein selb. Dass der Text jetzt ein bisschen, ähm, lange... Ich versuche ihn mal zu lesen. Ne. Ich versuche einfach mal mitzulesen. Mal schauen, ob ich da mitkomme. Aber so nachkommentiert ist vielleicht leichter. Oh, starker junger Freund. Ich bin die große Fee der Kraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dich diese neue Schwertechnik. Hey, das ging ja super. Hey, weil, wenn man nebenbei so noch auf den Ders zockt und... Dann schaue ich ja auf den Ders und da ist alles kleiner. Das ist alles ein bisschen schwieriger zu lesen. So geht das aber ganz gut. Naja, auch wenn das Nachkommentieren wirklich nicht meins ist. Ich hasse es sogar. Äh. Dass die Wirbeltöcke gemeistert drücke und halte B, um sie zu entfesseln. Ja. Ich zeig die auch gleich nochmal. Und damit haben wir die große Wehe der Berge abgeschlossen. Ja. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, ja, dass das Commentary ganz gut wäre. Aber wie gesagt, das Problem war halt, darüber kann ich ja jetzt sprechen, bis wir beim Boss sind. Und ihr werdet nichts verpassen. Ähm. Meine Festplatte. Also ich habe zwei Festplatten in meinem PC. Eine von 250 GB, die nur für Programme ist. Und eine von einem Terabyte, die für alles ist. Und irgendwie hat der Computer immer wieder, also, oder die alte Windows-Version. Ich habe ein Winters-Update gemacht und die alte Vision ist auch nur immer da drauf und ich kriege die nicht gelöscht. Und, äh, er speichert halt auch meine Aufnahmedateien dort. Jetzt zwar nicht mehr, ich habe den Pfad geändert. Ähm. Aber ich habe auch ein bisschen aufgeräumt und dabei sehr viele Commentary-Dateien gelöscht. Und darunter war nicht die Majora's Mask Part 17 Datei, sondern aber der Ordner. Weil das wird immer in zwei Dateien aufgespeichert, in eine, einen Shortcard, wie man zu Outer City kommt. Und der Ordner, wo die Dateien Stück für Stück drin sind. Und der Ordner mit den Dateien habe ich gelöscht. Kann ich nicht wiederherstellen und dann ist natürlich der Shortcard zunichte. Und deshalb muss ich das jetzt erneut aufnehmen. Wie gesagt, wird dann etwas kürzer. Kommt auch heute, ähm, wo eigentlich Kirby kommen sollte. Ähm, weil ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit darin investiert und nicht herausgefunden, was das Problem ist. Puh. Also, ja. Kommt halt mir hervor. Kann ich auch nicht ändern. Wenn es passiert, passiert ist. Habe ich halt nicht gut aufgepasst. Aber das liegt halt auch ein bisschen momentan, glaube ich, an meinem Schlafrhythmus. Und den werde ich dann auch ein bisschen umstampeln. Weil ich brauche beim Let's Play Endora etwas mehr Konzentration. Aber, ja. Dann kommt sowas halt nicht vor. Aber, äh, das ist, wenn du, ja, wenn du halt müde bist und genervt. Äh, ja. Dann unterlaufen dir halt solche Fehler. Und ich finde es halt wirklich, wirklich schade. Weil, ich glaube, das Kommentar war richtig gut. Ähm, ja. Jetzt ist es zunächst, äh. Damit ist auch mit Joss Mars kein Projekt, was auf meiner Liste gefloppt ist. Nach dieser Episode. Was schade ist. Naja, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu streng. Aber, naja. So. Der Gurun springt hier rüber. Zum Bossschlüssel. Ich hoffe, ihr habt euch den Weg gemerkt. Ich habe ihn jetzt nicht unbedingt kommentiert. Und jetzt kommen wir zu Gott. Der Gute ist eingefroren. Und dank den Feuerpfeilen können wir ihn natürlich befreien. So, mein guter Link. Mach du mal. So. Er hat natürlich auch so ein Auge auf sich. Das ist aber, glaube ich, neu in der 3DS-Version. Die Bossgegner sind da ein bisschen besser designt worden. Denn stellender Altraumgoat. Da ist er. Und jetzt besiegt man, indem man mit dem Gurun umherrollt. Er schmeißt mit Felsen und Stromblitzen auf uns. Und wir müssen ihn halt oben auf seinem Rücken treffen. Dann fällt er zu Boden und das Auge kommt raus. Und das können wir dann attackieren. Ich mache es mit den Feuerpfeilen, weil die anständig Schaden geben. Obwohl ich sagen muss, dass es, glaube ich, sogar nur mit Feuerpfeilen geht. Respektive normalen Pfeilen. Und wir brauchen insgesamt, glaube ich, 4 Treffer und kommen eigentlich ganz gut an diesem Boss vorbei. Früher hatte ich mehr Probleme mit ihm, aber so ist das eigentlich kein Problem. Wir haben auch die doppelte Energieanzeige. Und das ist natürlich auch sehr wertvoll, weil diese halt den Gurun länger rollen lässt. Weil wenn wir die Spikes raus haben, dann verbraucht das Energie. Und ja, wir haben genug. Also der Energieverbrauch ist überhaupt kein Problem mehr für den guten Link. Also es war schon gut, dass wir uns da super vorbereitet haben mit der doppelte Energieanzeige aus dem Dschungel. Oder besser gesagt aus dem Sumpf. Oh, und da haben wir eine Kollision gekriegt, die nicht so gut war. Er schmeißt auch Bomben, sehe ich gerade. Und ja, Runde 3. So. Das Auge ist richtig angesprochen. Und ja. Jetzt ist auch schon fast Schluss. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Vielleicht, ich habe das halt in ein paar Tagen auch ein bisschen gecuttet, weil, ja. Was soll ich denn erzählen, während ich die letzte Fee suche oder die Position suche, wo man sie am besten findet, ne. So, damit Isadaun gräbt sich selbst hier noch ein Grab. Und damit erhalten wir das Vermäschnis von Gott. Die zweite Maske. Und ja, wir befreien somit den nächsten Geist. Im nächsten Part kümmern wir uns dann um die Trauernden in diesem, ähm, ja, in diesen Bergen. Und, äh, deshalb spiele ich auch die Hymne der Zeit nochmal, denn wir müssen nochmal im Schnee zurückkehren. Den Boss selbst müssen wir dann auch irgendwann noch besiegen. Ich werde da aber noch ein bisschen was erforschen, wie wir das am besten anstellen. Und, äh, ja. Natürlich befreien wir somit den nächsten der vier Giganten. Was seid ihr? Okay, warum brauche ich da so lange? Hallo? Habe ich da was erzählt? Ja, vermutlich, dass es vier Giganten zu retten gibt. Bäsch-ta. Bäsch-ta. Es ist immer die Fee, die spricht, ne, nicht der Bäsch-ta selbst. Also seid ihr Schutzgötter, deshalb wart ihr in den Tempeln. Aber warum sind ihr, sind die Schutzgötter? Nein, warte! Hörst du mir zu? Hey, warte! Ja, und damit verschwindet die Kälte und der Frühling kehrt zurück in die Berge. Und, äh, ja. Das hat natürlich positive Aspekte mit sich gebracht. Aber leider auch ein paar negative, denn im Winter kann man nur die Dungerungsmaske erhalten. Und andere solche Chosen halt. Ich überlege, machen wir zuerst den Frühling oder erst die Dungerungsmaske. Das muss ich schauen, wie man an welche Items am besten rankommt. Ähm, ich glaube, ich habe auch noch nicht zurückgespult, bin zwar mittlerweile wieder in Unruhe, hab meine Rubine in die Bank eingezahlt. Ja, wir werden da schon irgendeinen richtigen Weg finden. Ja, Freunde, dann ist es bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, tut mir leid für diesen Fail. Hätte nicht sein müssen, ist aber jetzt vorgekommen. Ich verabschiede mich jetzt und gebe einen Daumen hoch, wenn euch das nicht so gravierend gestört hat. Bis dann und tschüss!